Das sind die fünf kleinsten Stadien von Erstligas in der Top 5 Ligen Europas, Leute. Und beim letzten müssen die Auswärtsfans sogar durch das Erdgeschoss eines Reihenhauses. Das kleinste Stadion der Fußball-Bundesliga gehört dem Aufsteiger- und Bundesliga-Debitanten, dem 1. FC Heidenheim. Die Void Arena hat eine Kapazität von 15.000. Das kleinste Stadion der Serie A ist das Benito-Störpel-Stadion von Vorsien ohne Kalzsch und beherbergt 16.200 Plätze. Das kleinste Stadion der La Liga gehört dem aktuellen Spitzenalter Girona-Leute. Das Montelivi beherbergt 13.800 Zuschauer. Das ist absolut geisteskrank. Das Start-Gabriel-Mont-Pierre-Stadion gehört zu Clermont-Food und ist mit 13.000 das kleinste Stadion der Liga. Und das liegt nur daran, dass sie für den Aufstieg noch eine extra Tribüne bauen mussten. Kommen wir nun zum kleinsten Stadion der Top 5 Ligen, Leute. Lutentown hat sich in den Aufstiegs-Player-Offs durchgesetzt. Die spielen jetzt in der Premier League, Leute, mit 11.000 Plätzen. Das ist wirklich geisteskrank, Leute, aber das ist nicht das Krasseste. Stell euch vor, ihr sitzt so mit eurer Familie, guckt ein bisschen Fernsehen und auf einmal hört ihr einfach die Auswärtsfans, Leute. In diesem Stadion müssen nämlich die Auswärtsfans durch ein Erdgeschoss durch. Ja, Leute, durch ein normales Erdgeschoss, wo einfach Menschen leben. Und das Ganze sieht wirklich aus.